Sie müssen nur die Dippel durch die Lasche ziehen. Über 5 Millionen Klicks auf dem Mike-Krüger-YouTube-Kanal. Und jetzt neu, der Supernasen-Podcast. Mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Alle, die heute zurückkommen, starten mit einem Podcast. Alle, die einen Podcast haben, sind quasi up-to-date und gehen viral, wie wir. Der Supernasen-Podcast. Auf RTL Plus Musik. Sofort in den Top 20 der deutschen Podcast-Charts. Mike Krüger-YouTube-Kanal. Podcast die Supernasen. Ich weiß nicht, wann ich das alles mache. Es ist Wahnsinn. Das ist der erste ehrliche Podcast. Wir wollen allen Menschen in einer ähnlichen Situation wie wir sind helfen und wollen ihnen Mut machen. Oh ja, gut. Das fängt gut an.